Ermittlungen gegen Schelbelin Till Lindemann geht gegen Fahn vor Berlin-Vilnus, Schelbelin, 24, brachte den Skandal rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann, 60, im Mai dieses Jahres ins Rollen. Nun soll die Staatsanwaltschaft in Vilnius, Litauen, gegen die Junge ihren ermitteln. Lin hatte nach dem Auftakt von Rammstein's Europe-Stadium-Tour in der litauischen Hauptstadt erstmals über mutmaßlichen Machtmissbrauch, ungewollte sexuelle Handlungen und sogar den Einsatz von K.O.Tropfen auf den Aftershow-Partys der Band gesprochen. In den sozialen Medien zeigte die 24-jährige Fotos ihrer blauen Flecken, an deren Herkunft sie sich jedoch nicht erinnern könne. Zahlreiche weibliche Fans handen sich in der Folge ebenfalls an die Öffentlichkeit. Till Lindemann hatte die Vorwürfe stets bestritten und ging mit Hilfe einer berühmten Anwaltskanzlei gegen die AnklägerInnen vor. Schelbelin erklärte in der Folge, sich nicht mundtot machen zu lassen. Sie ermutigte Rammstein-Fans mit ähnlichen Erfahrungen, sich an sie zu wenden. Mit dem Vorgehen gegen seine weiblichen und meist jungen KritikerInnen hat Till Lindemann nun offenbar Erfolg. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, soll die Staatsanwaltschaft in Vilnius bereits vor einigen Wochen Ermittlungen gegen Schelbelin eingeleitet haben. Der Verdacht, Verleumdung. Die Ermittler prüfen nun, ob die 24-Jährige im Fall Lindemann eine Falschaussage getätigt haben könnte. Lin selbst äußerte sich noch nicht öffentlich. Ermittlungen gegen Schelbelin, Rammstein-Sänger Lindemann soll selbst ausgesagt haben. Ein Justizsprecher sagte gegenüber Bild, das Ermittlungsverfahren wurde im Juli 2023 nach Eingang der Erklärung des Anwalts des Rammstein-Frontmanns eingeleitet. Um das laufende Ermittlungsverfahren nicht zu behindern, werden keine der dieteren Informationen bekannt gegeben. Demnach soll Lindemann selbst gegen Lin ausgesagt haben. Eine Anklage wurde bislang noch nicht erhoben. In der Vergangenheit hatte der 60-Jährige sich zunächst darauf beschränkt, sich über die Vorwürfe lustig zu machen, etwa in Form von umgedichteten Textzeilen. Im Juni war bekannt geworden, dass mehrere Strafanzeigen gegen den Sänger erhoben worden waren. Diese wurden allerdings zwei Monate später eingestellt. Quellen sta und schnussrankerinya ausgesagt? Die Daten Madeleine gab das SchildkQUEEN Üstlich erhebt. Drei die armour im Juni mein Herz um Bravo. Die redundbe tonnes two garanteannya sind und diese beiden zitieren. Vielen Dank.